Neustadt Glebe. Ja, ganz schön windig ist es heute Abend hier in Osnabrück und deshalb finde ich es umso bemerkenswerter, dass Sie die Weitreise mitgemacht haben. Hallo, Fans vom FC Augsburg! Hier kommt eure Mathe-Ausstellung im Tor. Mit der Nummer 1, Simon Jentsch. Die Nummer 2, Paul Verherr. Die Nummer 3, Schibril Sanko. Die Nummer 5, Mannschaftskapitän Uwe Mörle. Die Nummer 13, Tobias Werner. Die Nummer 14, Kies Quackmann. Die Nummer 16, Marcel de Jong. Die Nummer 18, Jan-Eva Kalsenbracker. Die Nummer 27, Michael Tuck. Die Nummer 28, Moritz Leibner. Und die Nummer 36, Uwe Hein. Schleitner Leiger von Norden. Die Nummer 1860, ich kaufe sich das auch mal weitergehen. Die Nummer 6, Jonas de Ruc. Die Nummer 7, Hachime Osogai. Die Nummer 8, Hachime Osogai. Die Nummer 8, Hachime Osogai. Die Nummer 11, Nabo Raffanel. Die Nummer 19, Sire Werther. Und die Nummer 24, Daniel Rieckmann. Cheftrainer des FCH ist Jos Lurkai. Eben assistieren die Trainer Rob Rieckers. Und als Guglinger, ebenfalls Markus. Geht raus. Die Mannschaftsaufstellung des VfL Osnabrück wird Ihnen präsentiert von Hitradio Antenne Niedersachsen. Niedersachsens Greatest Hits und das Beste von heute. Wir sind alle drei Stimmen. Alle Ego zu Hause. Echt. 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 Ich kann gerade Geld aber ein bisschen besser aushalten. Und wir machen uns jetzt alle warm. Und deshalb möchte ich alle zur Unterstützung für Drei Pukte, Höre auf dem Offenfeldn! Echt. Auf der Nordenbühne! Echt. Wow, auf der Westkurve! Echt. Ihr Joe Edwards Kinderbühne! Echt. die Süddebühne! Und sie steht auch wieder! Sie haben Lust auf drei Punkte! Wir wollen alle drei Punkte, alle zusammen heute haben einen wunderschönen Bundesfreitag! Ostkurve! Elf Spieler heute Abend! Wie immer auf dem Spiel von unserem Trainer Kersten! Toren für Nr. 1 Mannschaftskapitän Tino! Wer wird? Und für Nr. 3 Jan! Die Nr. 4 Tobias! Mit der Nr. 10 Björn! Die Nr. 13 Alexander! Mit der Nr. 18 Sebastian! Mit der Nr. 19 Flamur! Mit der Nr. 20 Jan! Hau auf der Tag! Die Nr. 21 Trägen beim VfL! Matze! Hau auf der Tag! Mit der Nr. 27 ihm begrüßen wir ganz besonders Kevin! Schöne Herr! Und mit der Nr. 34 Christopher! Die Nr. 2! Die Nr. 2! Die Nr. 3! Auf der Tagsbank beim VfL mit der 33 Ansatztochmann Manuel Rieffan! Die 6 Alexander Krück! Die 7 unser Torschütze von Nr. 2 Gänne Schmidt! Die 9 Niki Adler! Mit der 17 Christian Pauli! Mit der 22 Oliver Stank! Und die 30 Trecken hier in Zanten! Und natürlich besuchen wir auch wie immer unsere Co-Trainer! Wolf, denn die Beier und ich... Auch kein Weg zu Begleiteren, wir sind Fans, die Masse waren, unsere ersten starke Hand, für die Farbe wieder weiß, und nun geht das so schnell, wir spielen. Ein Haufen, du und Ludinen da rein, und wir kämpfen und schreien, wir sind alle ein Stück, VFL aufs Nachrück. Du und Ludinen da rein, und wir kämpfen und schreien, wir sind alle ein Stück, VFL aufs Nachrück. Nicht nur an der Bremerbrücke, Trackerfeld aus Kurvenchor, Deine... Die Zeit, wenn der Designslauch ist. Wir begrüßen den Gast, die rechte Aufkommission, unsere Liederweite von Osnambol. Osnambol! Ich habe einen riesengroßen Applaus gibt es jetzt auch für die beiden EU-Mannschaften von Eski, Toskale und Hamburg. Das war schön. Das war's für heute. Schmerz! Meine Damen und Herren, wir schreiben die 36. Spielminute. Unser Gast der FC Augsburg geht mit 1 zu 0. Führung Torschütze mit den Nummer 18, Jan Ingmar Carlsen Racka. Ausgerechnet hier eigentlich in Osnabrall. Kino hat seinen Mauermann wieder Weltklasse gestellt. Pauli muss kommen, jetzt Wockel. 7.40. Spielminute. Maula Spielstatt 0 zu 2. Torschütze für den FC Augsburg. Quali Nummer 17, Marcel der Junge. Be near. people Sie Sie Stöhnen Die Leute haben nach Spielzeit zwei Minuten. Nein! 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 Diese Freunde sind alle dabei. Bei den Pfeil oder drei noch mal im Dachstab. Nein! Die Leute sind alle dabei. Dann bringen sie okay. Dann bringen sie ak Turbo. Gehun dir sie damit. Ja! Brauchen sie patri metrics. Ja! Ich bin auch nicht mehr gelungen, ich bin aber nicht mehr. Ich bin aber nicht mehr gelungen, ich bin nicht mehr gelungen. Ich bin aber nicht mehr gelungen. Aber der nächste ist echt voll schlecht, oder? Ich bin nicht mehr gelungen, ich kann nicht mehr. Aua! Nein, einfach. Rutsch, ne? Das war's für heute. Schau am Ende! 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 Der V philosophy nach 15. Wie viele Klänge aus der Sterner Arena und hofft, dass sie alle im zwei Wochen samtags am 20. Bis zum nächsten Mal wiederkommen.